Jeder ausprobiert hat und jetzt findet ihn jeder Scheiße. Das große Schmücken zu Santas Blackside zu erzeugen, kannst du original ein Portal öffnen, das war cool. Das Gas folgt dem Zombie-Weihnachtsmann im Zug, alter. Bin ich aber gespannt jetzt. Ist aber ein Pott, oder? Der da oben noch an der Weihnachtsbund. Wir sind unterwegs im Kriegsgebiet. Ja, hier war der. Alter, was ist das für ein Map? Das ist ja komplett eine andere Map, oder? Nein, aber ich war da noch nie. In dem Gebiet bin ich echt noch nie gewesen. Geil, Alter, was ist denn da Pferfer wieder? Alle Einheiten, wir haben grünes Licht. Bereit machen für Einsatz. Ist das jetzt eine andere, oder nicht? Nein, das ist ja Obersichtum wieder. Aber wir sind mal da auf einem Gebiet gewesen, wo ich noch nie war. Das hat viel cooler ausgehört, als sonst. Befehl von oben, wir haben grünes Licht. Bewege ich jetzt so was, wie ich hier reingehe. Ja, da gehen wir zu einem Weihnachtsbaum, oder? Das große Schmitten. Das ist immer ein anderes Team, oder was? Einmal ist das Schmitten und einmal ist es wieder der Weihnachtsmann am Zug, wahrscheinlich. Was ist das Badis? Keine Ahnung. Ich weiß es ja auch nie. Ich bin überfragt. Oh, Gegner. Ja, das ist eh. Ich habe wieder kein Wurf. Da ist noch ein Gegner. Die Ahnen-Wasserschlagumme. Die Ahnen-Wasserschlagumme. Gedompt? Was ist das, was ich so dompte? Was ist das, was ich so dompte? Was ist das, was ich so dompte? Ich habe kein Mooney mehr. Haha, mein Schnellvollwinkel-Kill. Geile Scheiße. Drei Kills habe ich schon. Stofe 2, oder was? Stofe 2? Oh Gott. Geil, Geschenke! Blackside Portal geöffnet. Wie kommt man da rein? Ah da durch die Tür! So, ich bin Blackside reingegangen. Geil, Alter. Santas Versteck bin ich jetzt, hä? Ah, das ist die Blackside da, oder? Da ist ein Gegner. Na, die wies da wieder 100.000 Gegner rum. Na, die wies da, Alter. Da ist ein Piss, Alter. Das ist da irgendwo, oder? Das ist die Tür, oder? Ja. Ah, da ist noch ein Bram, gell? Die haben auch gerade die Blackside geöffnet. Ja, da geht sie zu, ja. Das Gas freistet sich aus. Euer Trump befindet sich in der Sicherheitszone. Beide kommen ins Einsatzgebiet. Ich bin in der Blackside. Wer schießt denn, Alter? Da ist der fucking, der Weihnachtsmann ist da oben, Alter. Da ist der fucking, der Weihnachtsmann ist da oben, Alter. Ich weiß nicht, dass wir die Zombies verabschieden sind. Ah, der Weihnachtsmann ist hart, Alter. Ich muss fast keiner gehen. Nein, der Hund hat mich gedaunt, der Wichser, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe ein Schatz, Alter. Ich habe ein Schatz, Alter. Ich habe ein Schatz, Alter. Da kommt der Zug mit dem Sand da drauf. Der ist genauso stark mit dem Chaingun wie der andere da in der Black-Seite, Alter. Die sind ja kaum zu besiegen, verdammt. Vor allem mit der Munni, die ich kippe. Da war der Drop, geda. Luder, da hast du schon okay, Post. Grund des Dingens. Art. Wir schicken dich zurück an die Front. Z-Penis hier. Not yet. Oh my God. Der scheiß Weihnachtsmann, Alter! Feindliche Abschussserie ist aktiv! Was denn? Den kannst du kaum killen, Alter! Der ist für die Dork! Schön! Brauche Kleinkaliber Munition! So, 8 Sekunden. Ja, wieder da. Dann gehen wir nochmal links weg. Ja, noch zu mir, dass das Duden zu pflegen. Es sind noch 24 Finder. Ansonsten einbreiten! Ja. 2 Sekunden in den Bereich! Den Himmel beobachten! Na gut, Armstoß! Kein Kalkalisier! Lange halt, du schlicht nicht durch! Was ist das? Das ist ein Game. Wenn man keinen Felsbrücken braucht, mit Blinde, soll ich sagen. Schwieriger alles. Ein Deserteur hat den Zug verlassen. Als Ausgleich wird die Wiedereinstiegszahl verkürzen. Wieder Aufmerksamkeit! Hol dir deine Rache! 0-50-0-0-2-0-2-0-2-0-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-2-0-2-0-1-0! Naaah! Ich wollte den Felsbrücken vom Metallkreis geben, Alter! Nicht weil das Seatimäth hinter mir steht. Na, ich wollte den Felsbrücken beim Perstag-Greis geben, Alter! Alter, was ist denn Durst-Dop bei dir? Fuckin' Reventiere. Bereits, du steigst wieder ein. Feindliche Abschussserie sind aktiv. Alle haben Weihnachtsmann gestötet. Jawohl! Oh shit! Oh shit! Oh, oh, oh. Flieger mit der Sicherheitszone haben. Wo ist denn der Oma mehr? Größer. Morgen! Oh, die Woppen ist hart sein. Mutte. Es gibt's aber nicht. Und... Das ist nicht normal. Oh, das ist ganz toll. Oh, ja, ja, ja. Für Kiehl sogar hier. Hier, oder? Oh, ja, dann wäre ich nicht zufrieden. Haha. Ja. Komisch, komisch. Was ist der, dass ich wieder für einen Scheiß ausgedacht habe, Alter? Irgendwie ergibt der Modus Null Seen. Ja, passt. Ja. Das war's für heute.